tach leute also ihr kennt ja bestimmt alle moxie aus borderlands 1 und 2 hier im zweiten teil und jeder hat sich doch bestimmt schon mal gefragt hey wie schaut ihr eigentlich untenrum aus und da gibt es einen kleinen trick wie man da hinkommt ein kleines jump and run das zeige ich euch ganz kurz dauert ein paar minütchen beginnen müssen wir hierbei ganz weit weg ich laufe da mal in ruhe hin so hallo leiche so beginnen müsst ihr hier bei dieser bank da müsst ihr auf die äußerste kante und dann hier hoch hüpfen das braucht ein paar versuch dafür braucht man ein paar versuche bis man da den richtigen winkel hat dann geht man hierüber 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 und jetzt auf das dach auf dieses dach und jetzt kommt eigentlich schon der zweitschwerste sprung wir müssen genau zwischen die zwei dachkanten das dauert natürlich ein paar versuche ich mache jetzt hier einen kleinen schnitt und bis gleich so versuch nummer zwei ach es ist zum kotzen bis gleich versuch nummer drei so wir haben es jetzt geschafft tatsächlich soll stelle hier auf diese kante wenn ihr jetzt springt geht gar nichts ihr lauft immer ein kleines stückchen nach links und probiert ob es springen könnt und irgendwann geht das weil dann ist da kein dach perfekt perfekt jetzt geht ihr ein kleines stückchen zurück um anlauf zu nehmen und springt dann hier drauf dann haben wir es auch schon fast geschafft erwähnenswert wäre ihr kommt aus diesem glitsch nicht mehr raus deswegen bringt ihr euch entweder da unten um was aber meistens recht viel geld kostet deswegen würde ich euch einfach empfehlen danach das spiel zu beenden und dann spawnen wir wieder da drüben da bei der schnellreisestation aber jetzt glitschen wir hier erstmal hin so dann müsst ihr euch ducken und dann seht ihr die gute moxie von unten wie sie leibt und lebt interessant ist man kann sie eigentlich nirgends von unten sehen im ganzen hauptspiel nicht trotzdem hat sie ein recht schick animiertes höschen an finde ich relativ interessant so haa warte vielleicht eine schönere wasse man kann dein gesicht nicht sehen wegen deinem hupen naja dann also entweder wie gesagt ihr macht jetzt YOLO Action hier nach unten oder ihr beendet einfach das spiel ich duck mich ach jetzt bin ich hier fest also ich bring mich um und tschüss auch ich mich mir und Vielen Dank.